herzlich willkommen zu einem neuen video heute mit einer roh inspiration ich habe mir gedacht ich lege jetzt einfach mal die karten auf die nächste woche und schau mal was dafür eine botschaft für dich dabei ist und warum ich jetzt genau sage ja das ist eine botschaft für dich die ist wichtig für dich ich habe das jetzt darauf gelegt auch die karten darauf gelegt dass einfach eine botschaft kommt die für dich persönlich wichtig ist und zwar wenn du dir dieses video an siehst und jetzt schauen wir uns einfach mal an was wir was wir aus dieser aus dieser botschaft rausziehen werden und zwar ist die qualität offensichtlich eine solche ich zeige mal kurz in die kamera die karten also ich ziehe da immer drei karten karte nummer eins schwerter die neun der schwerter karte nummer zwei die acht der schwerter und karte nummer drei und das ist quasi die finalität das learning draus der mond so und wenn ich mir diese karten so anschaue dann bedeutet das ganz einfach dass 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 du sehr viele gedanken hast viele viele sachen in dir arbeiten dass du schwer zur ruhe kommst und dass du auch nicht genau weißt wohin du dich entscheiden sollst und das ist eben so eine zeit so eine zeit der transformation so eine zeit des aufgewühlt seins für dich und und auch so das gefühl des feststeckens und für mich heißt das einfach auch wenn es dir zum beispiel ein schlaf raubt das könnte das da drinnen heißen für mich heißt einfach dann der mond da ist es so symbol auch fürs fürs fühlen für das aufnehmen im astrologischen auch und und für das in dich reingehen und das bedeutet für mich einfach mal lass das denken und wenn du dich auch verzweifelt fühlst geht durch diese verzweiflung durch mach aus einer verzweiflung eine positive verzweiflung du kannst du das so vorstellen wenn ich wenn ich klienten habe dann dann haben wir natürlich einen gewissen leidensdruck und es gibt aber verzweifelt sein und verzweifelt sein an sich hilft noch nicht viel das ist so ein grundzustand aber eine positive verzweiflung ist einfach der punkt wo man sagt ich kann jetzt nicht mehr weiter ich brauche hilfe ich brauche erlösung und das ist so die einladung erlösung in dir selbst zu finden oder wenn du möchtest natürlich auch in der geistigen in der spirituellen ebene zu finden das heißt nicht im konkreten und dein verstand kann nur dinge erfassen die konkret sind die er schon einmal gehört hat gelernt hat und dir dann wieder ein bisschen neu zusammensetzt und dieses erlösen ist aber etwas das jetzt in der kommenden woche ganz ganz wesentlich sein wird das heißt wenn du feststeckst bitte einfach mal darum zu sagen ich nehme mich hier oder sag es mal so ich bin jetzt an einem punkt der positiven verzweiflung ich bin verzweifelt ich kann alleine nicht mehr weiter und ich bitte jetzt darum dass ich in mich sinken kann in mich fallen kann in mein innerstes in meine mitte fallen kann und dass sich so ein weg ergibt und visualisier vielleicht wirklich mal diese diese karte so zwischen diesen bellenden hunden wenn du das noch mal anschaust für die aus dem wasser da kommt zu der krebs aus dem wasser raus aber da für die einen weg auch durch diese türme durch und visualisier wirklich in dir diesen weg wo du sagst okay da geht es auch weiter und das ist so diese qualität der kommenden woche warum ich das heute mal über karten macht ich möchte ja da noch einen einen schwank aus meinem leben erzählen und ich war mal das ist schon also wahrscheinlich schon gar nicht mehr war gute 30 jahre fast her war ich mal bei einer kartenlegerin und und die hat mir gesagt mit der damaligen meiner damaligen beziehung damaligen freundin wenn du mit dieser frau zusammen bleibst wirst du kinder kriegen und du wirst sie garantiert betrügen das war so da die aussage und das hat mich so erschüttert damals dass ich dann natürlich ich will sie ja nicht betrügen also habe schluss gemacht und ich bin wirklich hingefahren ich habe ich war wie im schock und hab dann die beziehung beendet obwohl das emotional für mich absolut nicht abgeschlossen waren eigentlich auch viele sehr sehr gut gepasst hätte jetzt retrospektiv mein gott wie das leben so läuft aber es hat mich so stark beeindruckt dass ich danach sieben jahre lang im prinzip alleine gewesen bin also du kannst du das wirklich so vorstellen das war so eine so ein bruch für mich diese erschütterung dieses gott ich möchte nicht untreu sein das war so ein schock für mich dass ich damals die beziehung beendet habe und warum ich das jetzt sage ihm im in bezug aufs kartenlegen gut wäre auch wenn du dir jetzt rat über kartenlegen über astrologie tarot ist ganz egal oder energetik holst frag halt auch immer was bedeutet das jetzt und was kann ich tun dass es nicht so kommt bzw wie kann ich es verhindern und hol dir da einen rat ab und wenn dann deine dann deine ratgeberin dein ratgeber keinen ratschlag hat wie geht es weiter also was kannst du tun dafür was wir ja da die lösung was wäre ein ausweg wie kannst du kreativ mit einer situation umgehen dann dann sei einfach dir bewusst dann bringt dir diese aussage nichts und auch wenn du selber mit menschen arbeitest wenn du selber als therapeutin als therapeut tätig bist dann mach dir das bewusst wenn du kannst nicht einfach irgendetwas hin servieren und dann dem klienten nichts in die hand geben was der dann dass das sind weiterführt wo man sagt das ist ein lösungsweg dazu also nicht so etwas hinlegen hin servieren und sagen so aus das war es jetzt und und das lebt damit friss oder stirb also wenn du wenn du so etwas siehst und wenn ich auch sehe okay es ist ein leidensdruck da dann kann ich dir sagen na gut die lösung liegt da die lösung ist in dir und das ist wirklich so dieses aufhören zu denken wenn du sagst ich kann nicht aufhören zu denken ich komme da nicht raus meine probleme sind so groß oder ich habe so viel im kopf so viele sorgen im kopf dann mach dir bitte noch mal bewusst ganz tief in dir dass du jetzt an dem punkt stehst wo du das gefühl hast ich komme nicht aus meiner situation raus also brauche ich jetzt hilfe dass mir dass mir eine inspiration kommt oder dass mir jemand hilft aus der situation auszusteigen und dafür sind ja dann energetiker da dafür sind ja dann auch spirituelle ratgeber da dass sie dir ein bisschen weiterhelfen dich da rausführen beziehungsweise dafür ist auch dein innerstes da dass du da wirklich raus kommst also es wird nächste woche kommende woche keine zeit sein wo du sagst da habe ich eine clevere strategie und so komme ich durch im gegenteil es wird wahrscheinlich eher so sein dass du viel viel im kopf hast viel 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 bei dir herum geht ja viel unruhe ist und die ruhe findest du letzten endes wirklich dann nur in diesem in diesem fühlen ein gutes werkzeug um passiv zu werden um zu fühlen ist einfach wieder dankbarkeit zu üben also wirklich danke zu sagen wofür kannst du dankbar sein was empfängst du jeden tag dass du dankbar sein kannst vielleicht eine gesundheit vielleicht einen schönen sonnenaufgang eine nette begegnung mit mit jemandem den du gern hast also das ist so ein trick um dich eben mehr darauf zu öffnen und in diesen weg mehr reinzubringen ja und es gibt immer einen ausweg egal wie du feststeckst es gibt einen ausweg und auch wenn sich die energie jetzt nächste woche so zuziehen also das wäre einfach so mein tipp gehen die positive verzweiflung rein sagen ich komme allein nicht weiter ich brauche da jetzt unterstützung und du kannst das auch wenn du dich in deinem inneren an diesen ort gibt wo du sagst da gibt es einen weg einen weg visualisiert dann findest du den weg dann musst du auch nicht wohin gehen also nicht dass du denkst das ist jetzt ein verkaufsgespräch für einen termin bei mir sondern es geht wirklich darum dass dieser weg in dir festgelegt ist und dann führt dich das auch aus dieser eingesperrtheit aus dieser verzweiflung raus und wundere dich eben nicht wenn wenn auf einmal du das gefühl hast so viele sachen zu bedenken so viel stress also lass dich nicht stressen bleibt wirklich bei dir bleib in deiner mitte bleibt hundertprozentig zentriert wenn es geht ja wenn nicht dann geh in deine weichheit rein gehen dein gefühl rein gehe vielleicht die dankbarkeit rein du findest so viele videos hier am kanal die dich da die dich da ein bisschen rausholen gedanken reinigen und mir ins gefühl bringen und ich denke da hast du genug tools dann an der hand und genug inspirationen dass du da auch was finden kannst und ich denke einfach jetzt noch mal wir sind jetzt gleich am ende danke dass du eingeschaltet hast nebenbei bemerkt aber wenn man wenn du wirklich in dieser situation bist dann dann macht ja auch bewusst noch mal dass du wirklich verstanden wirst gehört wirst und vor allem auch dass es weitergeht dass es den weg gibt der dann dich weiter führt einen ausweg aus diesem ganzen feststecken auch wenn man sich fühlt ich stecke jetzt fest und komme nicht mehr weiter es wird weitergehen ich wünsche dir eine gute zeit eine wundervolle nächste woche und ja lass mir gerne in den kommentaren da was wie es jetzt gegangen ist wie du zu diesem video gekommen bist vielleicht vielleicht wurdest du wirklich hingeführt vielleicht siehst du das ja auch das erste mal dass wir uns das erste mal jetzt auf youtube kennengelernt haben also ich bin wirklich gespannt darauf also ich freue mich auf deine kommentare lassen wir gerne einen daumen hoch da teil das video abonnieren kanal und ich freue mich natürlich wenn wir uns wiedersehen aus dem wunderschönen lenz dein oliver ernie tschüss und alles gute